Willkommen auf meinem GIMP Kanal zu einer neuen Episode heute haben die GIMP Entwickler bei der Version 2.9 ein neues Werkzeug eingepflegt das Werkzeug nennt sich Endpoint Deformation oder Endpoint Deformation und mit dem kann man ganz tolle Sachen machen da kann man nämlich ein Gitter ziehen und kann an verschiedenen Punkten Deformationen Veränderungen vornehmen und weil es heute gekommen ist und irgendwie sich das ja da kann man ganz tolle Sachen mitmachen habe ich gedacht stelle ich das mal kurz vor ja und ich habe das hier schon aktiviert das ist hier unter dem touch and burn tool also abwählen nachbelichten Werkzeug und ich dupliziere hier die Ebene einmal schalte die andere Ebene ausgehe hier mal auf einen Alpha Kanal hinzufügen und wähle erstmal nach Farbe aus und drücke die Entfernen Taste jetzt haben wir hier diesen Zeppelin sozusagen mal freigestellt vom Hintergrund schnell und jetzt gehen wir zurück auf dieses Endpoint Deformation Werkzeug ich gehe mal hier auf scale es ist noch ein bisschen lahm also man kann sich vorstellen dass das noch verbessert wird in der Geschwindigkeit aber ich klicke da jetzt einfach mal hier herein und normalerweise müsste jetzt hier ein Gitter auftauchen das ist auch hier so und in diesem Gitter befindet sich bereits ein Punkt ja und an diesem Punkt können wir nun Deformationen vornehmen indem wir einfach den Punkt in verschiedene Richtungen ziehen wir können sofort einen neuen Punkt setzen können auch hier Veränderungen und Deformationen vornehmen egal an welchem Punkt in diesem Gitter können wir nun ja diese diese Zigarre hier so biegen und zerren und ziehen in alle Richtungen wie wir das gerne hätten und das ist ein spannendes Werkzeug zukünftig wird sich da noch einiges tun man kann sicher hier noch einige Veränderungen erwarten aber ich finde jetzt schon lassen sich hier ganz tolle Dinge mitmachen wenn man wenn man sagt okay das war es hier mit meinen Veränderungen ich könnte mir auch vorstellen dass man einfach hier ausschneidet verschiedene Bereiche ausschneidet und einzeln deformieren kann oder deformiert wie man auch sagen möchte und so können wir hier jetzt alles so verbiegen wie wir das wollen und ich finde das ist eine erhebliche Steigerung und Verbesserung und hier zeigt sich dann auch der Weg den die GIMP Entwickler eingeschlagen haben hin zu GIMP 2.10 zu der Endversion ich bestätige hier mal mit der Enter Taste und hebe die Auswahl auf und nun haben wir hier die Geschichte deformiert der vorne sieht ein bisschen doof aus nehmen wir das noch mal zurück zeige ich noch mal Edit und jetzt werde ich erstmal nichts selektieren klicke noch einmal hier hinein und hoffe dass das Gitter wieder erscheint so ist es und wie gesagt es dauert ein bisschen hier sitzt ja jetzt der Punkt in der Mitte ziehen wir den mal ein Stück nach oben und biegen uns hier unseren Zeppelin zurecht wie gesagt ich könnte mir gut vorstellen dass man hier einzelne Bereiche ausschneidet und die deformiert und ja macht Lust auf mehr und da es heute in der Aktualisierung war wollte ich euch das nicht vorenthalten und so könnt ihr mal sehen dieses neue Werkzeug und wenn ihr euch GIMP 2.9 irgendwo herunterladen würdet könntet ihr das natürlich dann auch schon benutzen so ich habe den genug gebogen vielleicht noch so ein bisschen nach oben hier so und da sieht man auch dass ich hier die Schrift dass die nicht irgendwie größer wird sondern das dehnt sich mit und ja klicke ich auf die Enter Taste und nun schalte ich hier mal die untere Ebene zu und dann sieht man mal den Unterschied wir können jetzt hier mal diese untere Ebene anklicken nehmen unser Farbauswahlwerkzeug beziehungsweise hier unseren Color Picker suchen uns die Hintergrundfarbe indem wir hier in den Hintergrund klicken erstellen eine neue Ebene transparent und ziehen uns hier dieses Blau in die Ebene und schon haben wir den Kollegen hier wieder eingebettet sozusagen und hier kann man den Unterschied sehen neues Werkzeug fantastisches Werkzeug Endpoint Deformation Danke für das Schauen dieses kurzen Videos ich hoffe es hat euch ein wenig weitergeholfen und Spaß gemacht und man sieht in welche Richtung das es geht und ich freue mich wirklich wie Bolle auf die finale Version von GIMP 2.10 und ich bedanke mich auf diesem Wege noch einmal aller herzlichst bei den Entwicklern von diesem wunderbaren Programm Herzlichen Dank fürs Schauen bis zum nächsten Mal